In letzter Zeit geht der Ladebildschirm immer so schnell. Ich komm gar nicht immer in die Herz auf Aufnahme zu drücken. Das war aber echt schnell. Ich geh mal auf die untere Lane. Was würden wir damit sagen? Ich weiß nicht, ist das der Nano Boost? Oder was meint er damit? Das geht doch schon mal gut los. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kack- 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 Kack Kack- Kack Anbel, wählt ein Talent. Okay, die pushen mich unten. Bald werden die Altäre erschönen. Haltet euch bereit, denn ihr müsst sie unverzüglich einnehmen. Geht hin und erobert die Altäre. So befiehlt es der Rabenfürst. Genug der Spielchen. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. Gute Arbeit. Vernichte den Totengräber. Oh, das war etwas zu knapp. Neue Kraft bestürt mich, Dina. Ich muss zurück in die Wand. Ich muss raus. Hallo, yo, yo, yo. Das ist vorbei, das schaffen wir nicht mehr. Oh man, immer zu knapp. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen drauf achten wegen den Camps, die uns hier gleich nicht hier wegklauen. Wenn ich schieße, brennt ihr. Ja, komm, bleib zurück. Danke für die Heilung. Ach komm, das gibt es doch nicht, wieso ging der daneben? Geht zu der Oberen. Das ist so unfair, wenn ich die Leute lohne. Blutrausch. Dieses Reich wird mir gehören. Mir allein. Wie unterhaltsam. Wie unterhaltsam. Der will den Boss machen. Die sind ja alle so ziemlich unten, ne? Also von da her. Ja, dann machen wir das. Zeht euch in die Schatten zurück! Zertrümmert Ihre Verteidigung. Bald treten die Altäre zu den Helden, bereitet Euch für Sie. Alter, er metzelt hier alles nieder. Nehmt die Altäre ein, enttäuscht mich nicht. Wir denken dasselbe. Mir wurde schon langweilig. Er hat mich geschluckt, wie blöd. Gegner getötet. Oh, ein Doppelkill. Der einfach Kill. Eure Macht wird mir gehören, Totengräber. Es wird Euch ergeben wie allen anderen vor Euch. Hervorragend. Ihr solltet Eure Technik verbessern. Lasst die Zitadelle des Totengräbers in ihren Grundfesten erzittern. Das habe ich verdient. Ich danke wohl. Das ist doch voll gemein gewesen jetzt. Schweine. Danke für die Heilung. Ich gehe in Stellung. Du liebe Güte. Doppelkill. Gut Rausch ist vorbei. Jetzt mal geschaut. Doppelkill. Einfach so ein Doppeliddy. ...unaufhaltbar. Symbiont verpflanzt. Du verstärkt. Die Zeit ist gekommen. Erobert die Altäre in meinem Namen. Ich allein herrsche über dieses Reich, und ich lasse nicht zu, dass es mir genommen wird. Wir haben den Turm mal genommen. ...voreingehessen. Das habe ich weg. Oh, schade. Den konnte ich diesmal nicht retten. Ja, ohne. Für spät. Helden, ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel errichtet, der in die Mitte des Schlachtfelds führt. Gebraucht ihn weißer. Ich meine, ich wusste, dass das möglich ist. Ich habe jedenfalls einen Tunnel gegraben. Dieser Helden ist da. Äh, andere Helden. Ja, tötet sie. Oh, ein Doppelkett. Warte, den Brummen gekriegt. Wir Rückenheld des Sturms. Hm. Endschon bald schlägt die Stunde. . . ... Das kann wir noch schnell machen. Und kicken. Das habe ich verdient. Und das ist ganz schön. Oh, der Illi ist echt mega. Hm. Erobert die Altar. Und macht diesem Totengräber ein Ende. Diesen Kampf habt ihr verloren, Rabenfürst. Und es wird nicht eure letzte Niederlage sein. Festung eingedampft. Dieses Reich hat sich gegen euch gewendet. Ein weiterer Turm untersteht meinem Befehl. Genug der Spielchen. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. Hä? Noch alle Türme. Ich gebiete über alle sechs Türme. Nimm den Totengelber unterwäsch. Hm, gewonnen. Ja, ich bin nur ein Klon. Ja, das ist hier die MVP. Das ist Illidan. Ja, definitiv. Ja. Was? Ja, Anna. Da war sowas von unverdient. Aber okay, gut. Illidan hat ja auch immer nur zu zweit gekämpft, ne? Von der Illidan. Dann hat er leider verdient. Der ist sogar teilweise mir als Abba zu schnell rumgesprungen, Alter. Wenn ich überlege, der ist immer über die Gegner drüber, hin und her und keine Ahnung was. Dann wieder braun zu vier. Ja, wollt ihr noch eins oder nicht?